Wir treffen jetzt hier bei Ulstein den Autor Jörn Klare mit seinem Buch Nach Hause gehen eine Heimatsuche. Ja Herr Klare, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Eine Wanderung von mehr als 600 Kilometern liegt hinter Ihnen. Warum war es denn an der Zeit auf Heimatsuche zu gehen? Ich glaube es ist nicht ganz zufällig, dass ich diesen Entschluss um meinen 50. Geburtstag herum gefasst habe und der hing aber auch damit zusammen oder der Auslöser war. Ich lebe seit 30 Jahren in Berlin, bin am Rand des Ruhrgebiets aufgewachsen und wie das jetzt alle so tun oder glauben tun zu müssen, haben auch meine Frau und ich mir überlegt, ja vielleicht sollten wir, solange das noch irgendwie geht, in Berlin auch eine Wohnung kaufen. Haben aber letztlich nicht gemacht, aber wir haben uns ein paar Sachen angeschaut. Da merkte ich so, ja Berlin, ich habe nichts gegen die Stadt, aber ist das meine Heimat? Ich konnte es nicht eindeutig beantworten und das war es erst, wenn ich mir die Frage gestellt habe, was und wo ist denn meine Heimat? Und dann fiel mir dieses kleine Städtchen oder ich nenne es Kaff am Rand des Ruhrgebiets ein, wo ich aufgewachsen bin und dachte, war erst mal erschrocken und dachte, hm, unter noch einigen anderen Überlegungen dachte ich, ja dem will ich, muss ich mal nachgehen. Das habe ich dann im wahrsten Sinne des Wortes gemacht von einer Wanderung meiner Berliner Haustür zu meiner ehemaligen in der Haustür in Hohenlimburg. Genau, Hohenlimburg. Was haben Sie sich denn jetzt erhofft, wenn Sie sagen, ich komme jetzt da an in Hohenlimburg? Oh ja, jetzt habe ich meine Heimat oder was haben Sie sich erhofft? Sie sagen das so banal, aber ich glaube, ich habe mir sowas erhofft. Die Rechnung ging aber nicht ganz auf. Ich hatte so eine Klärung, was ist Heimat? Was ist Heimat? Also was ist Heimat für mich? Und was ist Heimat? Also was war so ein Grund, wieso ich eigentlich unterwegs? Ich sage es so salopp jedem, der nicht bei drei auf dem Baum war, angesprochen habe, was bedeutet denn Ihnen Heimat? Was ist denn Ihre Heimat? Und ich kann schnell zählen. Also es kamen viele Leute zusammen, die ich das fragen konnte. Aber tatsächlich eine Klärung meines Heimatgefühls. Und ja, nur die Ankunft in Hohenlimburg, das war so ein regnerischer Sonntagabend. Das war schon sehr melancholiegeprägt, sag ich mal. Das passte dann auch so dazu. Sie sind zuerst durch Brandenburg und Sachsen-Anhalt gewandert. Hier treffen Sie Menschen, in deren Land, also die DDR, nicht mehr existiert. Die DDR ist ja weg. Ja. Was bedeutet für diese Menschen Heimat? Sind die Menschen denn in Ihrem neuen Land angekommen? Wie haben Sie das empfunden? Das war für mich sehr interessant. Das war für mich sehr interessant. Ich bin, ich habe mal zwei, drei Monate in Schwerin gearbeitet. Ich bin in Westdeutschland sozialisiert. Ich bin in West-Berlin, habe ich gelebt. Und ich gestehe Ihnen, als ich dann auf die Karte geschaut habe, sage ich, ja, Sachsen-Anhalt, dachte ich, okay, ja, da muss ich auch durch. Und hatte dann aber hinterher umgekehrt, als ich durch Sachsen-Anhalt durch war und über den Brocken runter nach Niedersachsen gegangen bin, hatte ich Wehmut. Weil ich diese Zeit genossen habe. Ich fand sie sehr bereichernd, diese Zeit in Sachsen-Anhalt, durch die Begegnung mit den Menschen dort. Weil auch 25 Jahre nach der Wende, ich muss es zu meiner Schande gestehen, ist vieles doch noch neu, die direkte Konfrontation mit den Lebensgeschichten der Menschen in Sachsen-Anhalt oder auch in anderen Teilen der ehemaligen DDR. Und das sind eigentlich spannende Lebensgeschichten. Das heißt nicht, dass es immer glückliche Lebensgeschichten sind, weil viele dieser Lebensgeschichten ist gemein ein Bruch in der Biografie, der 1990 geschehen ist, wo viele Regeln neu ausgewürfelt wurden, vieles sich verändert hat, viel an Vertrautheit, auch Geborgenheit verloren gegangen ist und damit auch Heimat verloren gegangen ist. Es hat mal jemand geschrieben, den Satz finde ich auch sehr nachvollziehbar. Also viele Menschen der ehemaligen DDR, so empfinde ich es, ich finde es immer so ein bisschen, von außen, ich kann, also genau, Sie wissen, wer ich bin, ich habe das nicht studiert, aber war mal ein Eindruck, von außen wurden Migranten in ihrem eigenen Land. Das meine ich ja, das ist so, das Land ist weg, ja. Das war meine Erfahrung und das schwingt heute auch noch nach. Und ich habe es immer so für mich auch genannt, ja, das Land der gebrochenen Biografien. Fürchterliche Verallgemeinerungen, Verallgemeinerungen sind immer schlecht, aber sie helfen manchmal weiter oder Sachen auch zusammenzufassen. Und ich muss sagen, auch daraus kann ich nachvollziehen, um es wertfrei zu sagen, dass diese Verunsicherung, die da relativ bei manchen oder bei vielen noch relativ tief in den Knochen steckt, auch nicht unbedingt, ich sag mal, wenn die eigene Heimat nicht wirklich wahrgenommen oder nicht als selbstverständlich wahrgenommen wird, ist es schwerer, sie zu öffnen. Es ist schwerer, fremde Menschen einzuladen. Schwieriges Thema, wissen wir. Aber, also da konnte ich, ja, etwas verstehen, was mir vorher nicht so klar war, dass da etwas zusammenhängt. Ich habe das sehr, sehr genossen, durch Sachsen-Anhalt zu gehen und mit den Menschen zu sprechen und vieles war für mich neu. Und, ja, wie Sie sagen, da ist viel, ja, viel, 1990 viel kaputt gegangen, was noch nachwirkt. Aber sind die denn angekommen in ihrem neuen Land oder ist es da immer noch so, sind sie noch so stark auf Suche? Was meinen Sie? Bitte? Sind die Leute da angekommen in ihrem neuen Land oder sind sie immer noch so auf der Suche? Es hängt sehr von der Generation ab, glaube ich. Angekommen, es gibt welche, die sind angekommen. Ich glaube, arrangiert würde es mehr treffen. Ich glaube, viele, oder vielleicht auch die meisten, das sollen Soziologen herausfinden oder nicht, viele haben sich arrangiert. Und haben gesagt, okay, ja, das ist jetzt so, es hat ja nicht nur Nachteile gebracht, so die, was 1990 passiert ist, muss man auch so sehen. Aber hat auch eine Menge Nachteile gebracht, die man vorher vielleicht nicht so gesehen hat, nicht erwartet hat. Und ich glaube, viele haben sich arrangiert. Also ich habe jetzt, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass mir konkret jemand gesagt hat, ja, die Mauer soll wieder da sein oder irgendetwas, so ein Blödsinn, der gern kolportiert wird. Ist mir zumindest persönlich nicht begegnet. Aber es ist mehr arrangiert als angekommen. Okay. Dann gibt es hier noch die andere Seite. Sie treffen zum Beispiel auf den Bruder Andreas, der Ihnen von seiner Heimatsucher zählt. Als Jugendlicher musste er nach dem Krieg aus Niederschlesien raus. Was konnten Sie aus dieser Begegnung für sich mitnehmen? Das war ja bestimmt eine interessante Erfahrung. Das war eigentlich eine meiner einprägsamsten oder beeindruckendsten Begegnungen. Das war halt ein, ich bin an einem Kloster im Sauerland schon vorbeigekommen und hatte auch vorher angerufen, ich würde gerne mit jemandem sprechen. Und dann war das ein bisschen so chaotisch, aber dann saß ich in einem Raum, es kam ein Mann. Und ich wusste ja, ein Mönch, ich dachte ja, wie bringe ich den zum Sprechen? Also war auch wieder ein schönes Vorurteil. Und der war so auf den Punkt, ich hatte mir so ein paar Fragen, der war so auf den Punkt, also ich kam gar nicht zu meinen Fragen. Und er sagte, ich habe vorher zu der Frage meditiert und ich nach einer halben Stunde musste ich sagen, es tut mir leid. Ich hatte auch gedacht, wir sprechen länger, aber ich weiß nicht, was ich fragen soll. Und dann, ja, für ihn, er ist praktisch, sagt er, deswegen ins Kloster gegangen, weil er seine Heimat verloren hatte. Und er hatte den Gedanken, wenn man seine Heimat verlieren kann, kann man seine Gesundheit verlieren, kann man seine Lebensgrundlage verlieren. Und was bleibt? Und was bleibt, suchte er. Er hat das, glaube ich, auch für sich gefunden in diesem Benediktinerkloster im Sauerland. Dann ist aber so eine Rand und wir sind dann noch länger, trotzdem, wenn wir uns dann noch mal begegnet, sind zusammen spazieren gegangen auf dem Klostergelände. Zum Abschied kam er zu mir, oder bedankte er sich bei mir für das Gespräch und ich dachte, ja, höflicher Mann, weil ich hatte ja von ihm gelernt, ich hatte ihm zugehört. Und dann sagte er, nee, ihn hätte 60 Jahre lang niemand nach seiner Heimat gefragt. Das hat mich dann sehr berührt, dachte ich. Und dass das ein Trauma ist und er konnte 60 Jahre lang nicht darüber sprechen, das ist, ja, das hat mich sehr berührt. Aber man trifft, also ich meine, heute ist ja viel von Flüchtlingen zwangsläufig und zu Recht hier Rede, aber man vergisst ja, was nach dem Krieg, also wie viele Flüchtlinge, Vertriebene, Neubürger, wie man sie nennen mag, nach Deutschland kamen und aufgenommen werden mussten. Und diese Erfahrung steckt, das kam ja öfters so, beiläufig. Man unterhält sich ja, ich bin ja auch vertrieben worden oder ich da und da, aber auch Leute, die das eigentlich in der Regel, ja, sich dann doch irgendwie arrangiert hatten. Aber es waren ja auch jetzt 70 Jahre später Leute, die das als Kind erlebt hatten, die also schon sehr früh die Möglichkeit hatten, sich zu sozialisieren neu in ihrer neuen Umgebung. Obwohl es gab auch, der sagte ja, ich habe immer noch einen, Sachsen-Anhalt war das auch an Beginn, ich habe immer noch eine starke Beziehung zu Masuren, obwohl er da, glaube ich, mit sechs Monaten weg ist. Aber das geht oft tiefer, als man denkt. Ich bin natürlich über Familiengeschichten auch so in die eigene Biografie reingegraben. Das ist also ein wichtiges Thema, über das man reden sollte, gerade heutzutage jetzt. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein sehr schönes Thema, muss ich auch sagen, weil es ist, ich sage mal, mit meiner Heimatfrage oder wenn es mir gelungen ist, dass mir in der Regel, das liegt weniger an meinen Fähigkeiten, schnell gelungen ist, mit Leuten über ihre Heimat zu sprechen, hat man auch sehr schöne Gespräche. Weil Heimat lässt keinen so kalt. Mancher mag seine nicht oder sucht sich eine neue. Aber das ist ein Thema, das sehr schnell so an so wesentliche Punkte oder existenzielle Punkte einer Biografie heranreicht. Also wenn man nicht weiß, worüber man reden soll mit einem Fremden und vielleicht das Wetter schon erledigt ist, ist Heimat eine gute Empfehlung, um in ein weiterführendes Gespräch zu kommen. Mich hatte zum Beispiel sehr berührt, wir hatten mal eine Doku gesehen von jemand, der aus Syrien kam und der hat sich einfach seine Erde mitgenommen. Das fand ich auch total berührend und das war auch so die Zeit, wo ich ihr Buch gelesen habe und da war ich total berührend, also den Schal seiner Mutter und Erde. Und das ist dann auch eigentlich fair. Da denkt man auch, also da sollten die Leute mal an sowas denken. Das ist eigentlich nur dieses Heimatgefühl, was sie jetzt auch aufgeben. Gut, Heimat ist das eine und Sie haben aber auch, das fand ich nämlich auch interessant, Sie haben gelebte Traditionen kennengelernt, zum Beispiel durch diese Schützenvereine oder die Pflege einer Ortschronik, wie in diesen Volkmassen. Das fand ich sehr interessant. Wie zeigt sich denn da die Heimatverbundenheit? Weil es ist ja irgendwo auch, ja, durch den Krieg, durch den Nationalsozialismus, so ein bisschen hat es so einen Beigeschmack, wenn man das macht. Heimat, also diese Pflege, aber wo zeigt sich da diese Heimatverbundenheit? Also ich habe ein paar Sachen auf der Reise tatsächlich gelernt und auch versucht festzuerhalten. Es klingt jetzt ein bisschen, also wenn man Heimat als, irgendjemand hat es geschrieben, als Handlungs- und Verantwortungsraum begreift. Also so ein Ort, an dem ich lebe und bereit bin, Verantwortung zu übernehmen und mitbestimmen möchte, was hier passiert. Ob der Fluss sauber ist, ob da jetzt eine Fabrik gebaut wird oder ob Arbeitsplätze erhalten werden auf den Dörfern. Ob auch eine Schule wegkommt, womit dann auch die Eltern wegziehen. Windkraft ist ein großes Thema, war auf meiner Wandlung, war mir auch nicht so bewusst, wo Leute gegen Windräder kämpfen. Also dass man bereit ist, Verantwortung für seine Heimat zu übernehmen und sich zu engagieren. Und das machen viel mehr Leute, als mir das vorher so bewusst war. Es gibt diese Heimatvereine, die sind historisch gewachsen, viele aus um 1900 herum, große Heimatbewegung in Deutschland. Die gibt es immer noch. Ja, es ist Brauchkunde, dass man auch weiß, wo komme ich eigentlich her? Was war eigentlich vor mir da? Wir denken ja heute alle, oder wir denken nicht alle, weil es ja manchmal herrscht so ein Geist vor. Ja, wir sind vom Himmel gefallen und wir sind die Welt überhaupt. Aber es gibt ja auch ganz, das fand ich auch so beeindruckend, ganz viele Orte, kleine Dörfer, durch die ich gekommen bin, die 800, 900, manchmal 1000 Jahre alt sind. Von denen ich in der Turmese vorher nie was gehört habe. Und wie viel gelebte Geschichte über Generationen steckt da drin? Wenn man sich das so vergegenwärtigt, hat mich da schon sehr beeindruckt. Natürlich auch die Frage, wie wird es hier in 100 oder 1000 Jahren aussehen, weiß keiner. Aber da steckt sehr, sehr viel Geschichte drin. Nach Hause gehen ist ja auch der Titel Ihres Buchs. Und jetzt nach den 600 Kilometer Wanderung, wo sehen Sie Ihr Zuhause? Naja, es war ganz witzig schon beim Losgehen. Also ich wohne mit meiner Familie in Berlin und ich habe dann meiner Frau gesagt, du, ich glaube, ich möchte nach Hause gehen und ich schreibe da vielleicht ein Buch drüber. Und sie meinte, ja, okay, klar, dann startest du nur in Limburg und kommst nach Hause, zu uns nach Berlin. Da meinte, ja, nee, hast schon irgendwie recht, aber ich möchte eigentlich von hier dahin gehen. Also meine alte Heimat, und ich dachte, mit dieser 600 Kilometer Wanderung würde ich so meine alte Heimat in Anführungszeichen los. So, dann habe ich das Thema erledigt in meiner Biografie und muss mich da nicht mehr groß kümmern oder nicht mehr mit beschäftigen. Und dann bin ich hingewandert mit dem Zug zurück und bin dann im Berliner Hauptbahnhof wieder reingefahren und dachte, hatte immer noch die Illusion, das hat sich erledigt, dachte ich, ach nee, war ja doch schön in Hohen Limburg. Guckst du, dass du bald mal wieder da hinkommst. Und ich werde es nicht los, ich will es auch nicht loswerden. Es steckt immer drin, auch wenn das jetzt eine ziemlich glamourfreie Kleinstadt ist. Aber es ist aus verschiedenen Gründen nicht der Ort, wo ich wieder leben werde, denke ich. Schon meiner Familie, die in Berlin lebt, denen zu erklären, der Beziehung in Hohen Limburg könnte sehr schwierig werden. Also diese alte Heimat ist Hohen Limburg, das werde ich nicht los. Aber wenn man, wie ich das ja am Anfang der Beschäftigung mit dem Thema hatte, so ein Heimatdefizit spürt, die Frage ja, wo ist denn meine Heimat oder was ist denn Berlin? Also daraus für mich, wenn ich das habe und ich hatte das, ja, dann muss ich für den Ort, an dem ich lebe, und das ist Berlin, oder man nennt es den Kiez oder das Haus oder die Straße, auch bereit sein, mehr Verantwortung zu nehmen, mich da auch sozialer zu engagieren. Das kann mal den Nachbarn guten Tag sagen, heißen, oder sich mit deren Geschichten auseinander, also sozial zu vernetzen, könnte man das sagen, oder auch gucken, was ist mit dieser Straße, die wird ja jetzt noch ausgebaut, was bedeutet das mit dem Abgasen, dass man auch guckt, hier lebe ich, hier nehme ich Verantwortung, weil, das ist meine Heimat, die will ich nicht irgendwelchen fremden, oft wirtschaftsgescheuerten Interessen überlassen, nee, hier muss ich Farbe bekennen und mich auch, ja, auch Energie reinstecken. Gut, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Gern geschehen. Und ja, viel Erfolg. Vielen Dank.